und willkommen zurück zu let's play das bestehen wir sind jetzt immer noch hier und sagt für die plattform und sammeln das ist ein wohns erst mal das schlussbruch noch aber das ist das höchste weg wir brauchen hier rein mit ein schluss noch feuerwehr flugzeug wie noch Was geht's wird gemacht Was geht's wird erledigt Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis Ich habe einen Tempfkopf ausgeschaltet oder nicht gesetzt Egal Verkehrsunfall, Fahrzeuge sind zusammengestoßen Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen Versorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge ab Prüfen Sie darüber hinaus anhand Ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist Zu Befehl Ein Nuller 2 Ich bin dabei Achtung, mindestens ein Unfallfahrzeug brennt Wir können den Fahrer erst dann aus dem Fahrzeug retten, wenn wir die Brände gelöscht haben Ah, ich glaube die Werte hat es noch abgedreht Ich werde erst mal warten Ja, ich bin dabei Sofort Jawohl, was geht's Ich kann keinen freien Hydranten in der Nähe des Ziels finden Bin bereit In Ordnung Was geht's Ist in Arbeit Bin bereit In Ordnung Ist in Arbeit Naja, man hat es auf die Art und Weise Kein Problem Rennende Fahrzeuge müssen erst gelöscht werden, bevor wir sie antransportieren können Okay Warte mit, sagst Achtung, aus ungefährten Gründen ist ein Schiff in Brand geraten Schauen wir da Viele Besatzungsmitglieder haben sich durch einen Sprung ins Wasser gerettet und befinden sich nun in Gefahr zu ertränken Löschen sie alle Brände und retten sie alle Besatzungsmitglieder Ah Also jetzt gehen sie aber knallerst Ja Ist in Arbeit Okay Ist in Arbeit Alles klar Ist in Arbeit Alles klar Alles klar Ja Okay Höre Ist in Arbeit Was geht's Sofort Erwarte Befehle Höre Sofort Wird gemacht Wird gemacht Höre In Ordnung Ja Das ist klar Die haben auch eines nach dem anderen raus hier Jawohl Was geht's Ist in Arbeit So Ist in Arbeit Kein Problem Ich bin bereit Komm Hier Okay Höre Zu Befehl Höre Ich will nur das Türchen haben hier Was geht's swirl Höre Kein Problem Was geht's Ich bin dabei Höre Höre. Jawohl. Der Reveris-Transportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Höre. Jawohl. Alles klar. Erwarte Befehle. Höre. Wird gemacht. Was geht's? Bin dabei. Ja? Ja? Bin dabei. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Da war ich ja gerne, da war hier ein Bock an ihm. Ich meine, das war ja... Aber da war ja schon seitendicht der nie gemacht hat jetzt was. Naja... Wir sind nicht von mir gleich ab hier. Guck mal, ja, ist hier mal vorne. Unverschämtheit. Verstanden. Kein Problem, wird gemacht, zu Befehl. Höre, zu Befehl. Ja? Ist in Arbeit. Ja? Bin bereit. Was geht's? Erwarte Befehle. So. Muss erscheinend er wieder frei sein, ja. Gott erledigt. Kein Problem. So. Erspurt. Erwarte Befehle. Verstanden. Das ist dämlich. Ich bin bereit. Okay. Ja? Wo fährt der jetzt denn hier? Hörsat's hier ab na, du. Ich bin dabei. Wird gemacht. Was geht's? Einmal. Was geht's? Wird erledigt. Wird erledigt. Höre. Ja? Okay. Bin bereit. Jawohl. Vielleicht müssen wir noch Platz haben für hier. Jawohl. Ja? Ist in Arbeit. Ja? Ist es? Ja, ne, 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 ne. Notruf. Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. Wenn nötig transportieren Sie sie ab. Wird gemacht. Bin bereit. Was geht's? Ankräftung. Ja, was geht's? Übersegen hat es irgendwie die Lebensstrampung, ne? Da werde ich auch auch mal ankräftet. Ja, er wäre das nicht, ne? Ach, komm, jetzt mach mal hin. Eine Bohrinse. Ich hab da überhaupt keinen Bock irgendwie drauf. Die Bohrinse. Was geht's? Ja. Ja. Zu Befehl. Bin bereit. Wird erledigt. Bin bereit. Bin bereit. Bin bereit. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Okay. Bin bereit. Bin dabei. Oh Mann, ey. Jetzt wirkt's doof. Glaub ich jetzt nicht. Das ist so schwer, gerade den Typen aufzunehmen. Oh, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank, ey. Ja? Alles klar. So, und die anderen sind noch so intelligent werden, bitte. Ja? Wer es jetzt vorkommt. Sofort. Sofort. Man sollte selten sehen, dass die KI wie hier absteht, selten hat. Ja. Wer es jetzt vorkommt. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Zu Befehl. Nein. Scheiße, du sitzt hier. Rein. Scharscher Picker ist fast gedrückt. Kein Problem. Jawohl. Doch. Oh, sie haben es endlich geschafft. Wohl aber auch Zeit, ey. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Das war zeltendämisch, ey. Notruf. Gebäudebrand. Ursache unbekannt. Es befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Retten Sie sie. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. So, der kann ich gleich leisten. Achtung. Bei einem Brandausbruch wurden Personen im Gebäude eingesperrt. Rüsten Sie einen Feuerwehrmann mit einer Axt aus und holen Sie die Opfer da raus. Ja, ja. Was geht's? Kein Problem. Bin dabei. Verstanden. Der Feuerwehrmann kann keinen freien Hydranten in der Nähe des Ziels finden. Ja. Sofort. Bin bereit. Okay. Bin bereit. Wird erledigt. Bin bereit. Alles klar. Bin bereit. In Ordnung. Ja. Sofort. Jawohl. Erwarte Befehle. Verstanden. Jawohl. Was geht's? Jawohl. Erwarte Befehle. Ein Arbeiter wurde beim Verladen von Containern im Hafen verletzt. Versorgen Sie die verletzte Person und transportieren Sie sie ab. Alles klar. Vor allem, wo sind denn hier Container, wo der hätte verletzt sein können? Ja. Alles klar. Ja. Jawohl. Was geht's? Wird gemacht. Ja. Bin bereit. Verstanden. Ja. In Ordnung. Bin bereit. Kein Problem. Wird erledigt. Ach. Das sei jetzt abgelaufen. Ja. Was gibt's? Jawohl. Ja. Zu Befehlen. Ah, ne 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 ne. Erwarte Befehle. Let's kill. Let's kill. So, ersten Helikopfer. wenn ich gefahr hat schon auch mal wieder in zwei neuen folgen von let's play 95 bis dahin